Übung 3 Ich bin Birgit Schäfer und wohne in Schkeuditz. Das ist westlich von Leipzig. Ich arbeite bei Aldi am Leipziger Hauptbahnhof. Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug. Ich heiße Lina Salewski und bin Bibliothekarin. Ich arbeite in der Universitätsbibliothek Albertina in der Beethovenstraße. Mein Büro ist in der vierten Etage. Ich wohne in Golis und fahre eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sind fünf Kilometer. Ich bin Marco Sommer und wohne in Markkleeberg im Süden von Leipzig. Ich arbeite bei der Deutschen Bank am Martin-Luther-Ring. Ich fahre jeden Tag 20 Minuten mit der Straßenbahn zur Arbeit. Ich heiße Alexander Nowak und wohne in der Südvorstadt. Ich arbeite bei Porsche. Ich brauche im Stadtverkehr 30 Minuten mit dem Auto. Aber es ist oft Stau. Ich arbeite bei Ihnen. Ich arbeite bei einem kleinen Dani Schein. Ich arbeite bei China eine Давайте. garnishرفiele Hongere debe mesh을. Untertitelung des ZDF, 2020